Go! Yes! Viva con Agua! Happy Birthday! Ich gratuliere euch ganz herzlich zum 10. Geburtstag! Ich wünsche euch, dass ihr noch 100 Millionen Jahre so weitermachen könnt, wir sind einfach geile Suche. Viel Power, viel Energie, viel Bewusstsein. Viel Motivation, das Projekt weiterzuziehen, so wie es ist, weil es ist super, es braucht mehr solche Sachen. Und weiterhin ein sauberes Trinkklasse für Ari. Vielen Dank für alles, was ihr macht. Und ja, Happy Birthday! Ich wünsche euch weiterhin weiterhin etwas, nämlich den geilen Elan und die geile Jugendlichkeit, um all das, was ihr macht, anders zu machen als alle anderen. Und ich freue mich schon, mit euch den 20, 30 und 40 zu feiern. Bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra! Toast! Toast! Toast, ihr seid ihr! Auf euch! Das Schönste, was ich mit Ivo Conagua die letzten 10 Jahre erlebt habe, ist die Versteigerung von meinem Hippiebus. Den haben wir für 96'000 Franken versteigert. Das Geld ist in ein Projekt geflossen in Nepal. Ich habe vor allem in den letzten zwei Jahren viel erlebt mit Ivo Conagua und das Schönste ist sicher die Projektreise in Nepal als Ganzes. Das hat mich sehr berührt und ich habe auch dort Freundschaften gefunden, die wahrscheinlich noch lange werden gehalten. Und wir sind noch sehr Frischling bei Ivo Conagua. Das heisst, heute Abend erleben wir das Mattenhof-Festival zum ersten Mal. Und wir sind aber sehr, sehr gespannt darauf, um noch weitere 10 Jahre mit Ivo Conagua zu erleben. Das sind geile Füße. Also, ich war sehr, sehr beeindruckt, als ich vor ein paar Jahren mit Ivo Conagua auf Mozambique bin gegangen. Und dann haben wir noch ein Konzert gespielt, dort in Emba, mit dem Asagaya. Und das ist schon unvergesslich. An der Müllenthor Gallery haben wir auch die Ehre gehabt, dass wir dort verurteilen und spielen durften. Und das war auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Mir fällt jetzt persönlich nicht ein Event ein, aber ich finde es immer extrem geil, wenn Ivo Conagua Festivals ist. Ey, das sind auf alle Tools mit den Bechern, die Spenden sammeln für Wasserprojekte auf der ganzen Welt. Das sind auch geile Sachen. Und dann ist so 5'000 Leute voll am Abgold. Es ist immer ein Squad, es sind immer viele Leute. Sie gehen immer auch an den Konzerten ab. Und es ist schon das. Es ist der Viva Conagua-Vibe. Und wir laufen von vorne. Wir sehen uns ein Konzept. Es sollte mehr Leute fahren. Ja, wir wissen. Bedeut. 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 Gebeteut. 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 Man kann auch, was? Oh, 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 oh! Maroccaa! 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 Wohoho! Heahaa! Haah! Haah! Go! 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 Go!